Das führt natürlich zu Reibereien, aber so kann ich zumindest noch in den Spiegel schauen. Kennen Sie Carrie Tevesa? Ich habe noch eine andere Journalistin kennengelernt. Carrie Tevesa? Ja, wir strahlen Carries Doku-Reihe aus. Weg eines Helden. Sie ist wirklich gut. Ich bin hier weitestgehend auf mich allein gestellt, also freue ich mich über so gut wie jeden, der mich mit Beiträgen versorgt. Das Wichtigste sind Inhalte. Und Ihre Inhalte treffen wirklich einen Nerv. Das ist vorerst alles. Wir reden später weiter, Davis. Hey, Ryder. Bevor Sie gehen, ich bitte Sie nur ungern darum, aber ich habe den Eindruck, Sie kommen bei Ihrem Job ziemlich viel rum. Unter anderem an Orte, an denen man unsere Sendung noch nicht empfängt. Wenn ich also ein paar Empfänger auf Ihr Schiff bringen lasse, wären Sie dann so nett, Sie auf einigen Planeten zu stationieren? So könnten wir selbst Kolonisten in den abgelegensten Winkeln mit Nachrichten versorgen. Hm. Na komm. Safety first. Okay, Davis. Ich helfe Ihnen, Ihre Reichweite zu erhöhen. Fantastisch. Stationieren Sie einfach in der Nähe eines Außenpostens einen Empfänger und schon werden Sie dort unsere Berichte erhalten. Ob die das auch gucken wollen, ist natürlich eine andere Frage. Sollte hier nicht irgendwo ein Affe sein? Kommandozentrale. Überwachungsaufnahme. Oh. Ähm. Ach, das hatten wir doch schon gelesen. Ja, das hatte ich im ersten Part hatte ich das schon. Oder in der ersten Aufnahme, nicht im ersten Part. Im ersten Part war ich wahrscheinlich nur in der Charaktererstellung. Hm. Wir müssen mal ganz dringend zu unserem Bruder. Ei. Handelsdistrikt. Kryostation. Andockbrucht. Wo komme ich denn zu Hyperion? Habitation. Moment. Ist das das? Und erhält eine Bar. Trotz vereinzelter Proteste betrachten die meisten das Vortex als zivilisierte Möglichkeit, sich bei einem Drink von der Starse zu erholen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. HNS. Nichts ist okay. Ah. Hier bin ich richtig. Auf die Hyperion. Ich muss. Wie sieht's aus? Wecken wir die Leute jetzt auf. Die Leute sind abgeschaltet. Lani? Wo muss ich denn hin? Captain Dunn. Ach, das ist die. Sie sind nicht auf der Brücke, Captain? Wir haben sie abgeschaltet. Wir können uns keine Energieverschwendung leisten. Die Kryostation und der SEM-Kern sind davon ausgenommen. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Finger von Alex Quartier lassen. Sie haben jetzt Zugang. Danke. Hey. Es tut mir leid wegen ihres Vaters. Er war wirklich gut in dem, was er gemacht hat. Wenn auch nicht im Umgang mit anderen. Mit seiner Einschätzung, dass wir den Planeten erkunden sollten, lag er allerdings richtig. Tja, ich werde ihn vermissen. Ich wünschte, er wäre noch hier. Er hätte mir so vieles beibringen können. Bis hier haben sie sich doch ganz gut geschlagen. Sie schaffen das schon. Lassen Sie es mich wissen, falls ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann. Ha, Kolonisten aufwecken. Werden Sie die Leute auf der Hyperion aus der Stase holen? Das ist mein Job, ja. Wir beschränken uns allerdings vorerst auf bestimmte Personengruppen, die der Nexus helfen können, wieder auf die Beine zu kommen. Da wir inzwischen jedoch mit der Errichtung von Außenposten beginnen, werden wir schon bald weitere aufwecken können. Mhm. Mhm. Das wäre frustrierend. Wo ist denn da Alex? Hier ist der Sam-Keran. Hier ist das vom Vater. Ja, die Archivstation. Tschübidubidu. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Was soll ich jetzt hier? Gucken, bitte? Wo ist denn Alex? Die Tür ist zu. Das sieht doch gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Hä, hä, hä. Hier ist wieder alles dicht. Muss ich mit der da reden? Ja, mit der. Pathfinder? Nee, muss ich nicht. Ich muss jetzt gehen. Bis bald mal wieder. Wir unterhalten uns später. Oh, die hat eine coole Stimme. Da-da-di-da-di-da-di. Okay, wisst ihr was? Was wir, ich guck mal gerade. Ähm, wo war das jetzt nochmal? Logbuch, Kodex, Logbuch. Erstschlag. Auf der Nexus oder über den VidCon der Tempest mit Kandros reden. Ah, okay, das müssen wir auch noch ins Onan-System reisen. Wir gehen mal gerade zurück. Verbündete Beziehung. Heleos. Habe ich da schon was? Sams Erinnerungsblock zu entfernen. Optional ihren Bruder auf der Kryo-Station der Hyperion besuchen. Nach Erinnerungsauslösern suchen. So. Nein! Warte mal. Kann ich jetzt noch auswählen, was genau, ne? So. Wo zum Teufel muss ich hin? Da muss ich hin. Aber warte, die Kryo-Station, ne? Ja, die ist noch ein bisschen... Die ist noch ein bisschen entfernt. Schubdubdubidubidu. Kryo-Station, da muss ich hin. Gut, ähm... Ich war zumindest auf der Hyperion. Die Gründerwendeinitiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geisel getötet. Eine offizielle Leerung ist geplant, zu der Direktor Gerald Tan allerdings bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Und in Geen wäre er nicht hier. Das ist nicht. Ich mach's wieder gut, Dash. Ich mach's noch mal auf. So. Dr. Carly. Oder wie der heißt. Harry, was passiert da mit Scott? Carrie. Wir haben ihn aus der Kapsel geholt. Ich will ihn keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat ihn, ähm... quasi... gefunden. Was heißt das? Nun, er ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf sein Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Das sind großartige Neuigkeiten. Das sind großartige Neuigkeiten. Das ist unglaublich. Geht es ihm gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann ihn Sam erläutern. Obwohl er im Koma liegt, sind Scots mentale Prozesse aktiv. Es geht ihm also gut? Das können Sie ihn selbst fragen. Ich stelle eine Verbindung zu seinem Implantat her. Bitte. Scott? Kannst du mich hören? Schwesterherz? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Boah. Und wie unterhalten wir uns dann? Sam hat sich in dein Implantat eingeklingt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das muss ich dir wohl glauben. Komisch. Ich kann nichts fühlen, aber ich üre dich. Geht's der Tod? Oh Gott. Ich habe geahnt, dass diese Frage kommt. Ich wusste, dass sie kommt. Entweder wir verheimlichen ihm und sagen es ihm später. Da wäre er richtig angepisst. Gerade sowas wäre ich in seiner Situation, wäre ich auch angepisst, wenn man das bei mir machen würde. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir ihm jetzt davon sagen, dass sein Vater gestorben ist, während er noch im Koma liegt. Wir nehmen die Brachialmethode. Er ist, wie soll ich dir das sagen, er ist tot, Scott. Was? Es gab einen Unfall. Was für einen Unfall? Wie? Ich meine, Dad. Ich weiß, es ging alles so schnell. Niemand hätte etwas tun können. Das kann ich sagen. Glaub mir, er wäre sonst hier. Haben wir wenigstens sein Zuhause gefunden. Dad hat immer so davon geschwärmt. Oh. Eine Scheißnachricht nach der anderen kriegt er jetzt über die Ohren geknallt. Ey, der sucht sich doch gleich freiwillig den Selbstmord aus, wenn ich ihm das alles sage. Es ist einiges schief gelaufen. Ich fühle mich nicht gut. Das reicht jetzt. Er muss sich ausruhen. Scott. Vielleicht hätte ich nicht so arg auf den Brachialhammer hauen sollen. Der hat eine Quest. Nigel McCoy. Pathfinder. Ich bin Nigel McCoy. Frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings. Mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seiner Siedlung errichten wollte. Ihr Verlust tut mir leid. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Eieiei. Wir müssen zurück nach Eos, ne? Da habe ich ja mal sowas von keinen Bock drauf. Wieder zurück nach Eos. Ich habe die Chance auf eine neue Welt. Wir müssen aber zurück zur Nexus. Wir müssen Kandros noch Bescheid sagen. Die Behörden versuchen weiterhin, Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Kandros, Kandros, hallo lieber Kandros. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Sie vertrauen sie mir an? Ich werde ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Boom, Baby. So, das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen loslegen. Jetzt habe ich quasi fast die ganze Aufnahme nur gequasselt. Das teamet ihr ja ja nicht. Weg. Weg. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird verheiratet, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Tja, der Typ hat auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Oh, NS! Ein Arsch! Ignatius! Willkommen auf der Nexus! Äh, hallo! Gil Brody ist Ihr Techniker, stimmt's? Korrekt? Mein Name ist Bailey. Ich habe früher hier in den Hangars mit ihm zusammengearbeitet. Sie wissen nicht zufällig, ob er... verfügbar ist, oder? Wofür verfügbar ist? Ich kann's mir schon denken, ich frage aber trotzdem mal. Das kommt darauf an, was Sie meinen. Er ist wegen seiner Pflichten ziemlich beschäftigt. Also, ich meine... Ach, schon gut. Bestellen Sie ihm einfach Grüße von mir, okay? Ei, 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 ei. Oh, wei. Viva Amore! Rückkehr zur Tempest. Auf geht's in die Himmels! Die Frage ist ja jetzt, kriege ich jetzt automatisch diese Credits auf mein Konto? Oder allgemein diese Ressourcen? Wäre natürlich cool. Wäre kacke, wenn ich jetzt jedes Mal nach hierhin muss, um das Zeug abzuholen. Komm, gib Gummi! Tschaka, tschaka, bumm! Warten Sie mal eine Minute? Savi, für dich habe ich immer eine Minute. Scans der Geisel. Wie sich all diese dunkle Energie bindet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Es sieht schon schön aus, wenn man nicht gerade dagegen fährt. Fliegt. Ja, auch wenn es ein Phänomen von eher düsterer Schönheit ist. Düstere Schönheit. Das gefällt mir. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geisel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Oh nein. Jetzt geht das hier los mit den Gläubigern. Oh, 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 oh. Göttliche Intelligenz? Ein Gott? Sie reden von einem Gott? Ja. Ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam. Aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Hm. Beißt sich das nicht? Religion und Wissenschaft haben sich doch immer schon gebissen. Die waren doch nie gut, Kirschen essen. Es gibt keine höhere Macht. Hm. Wir sind mal politisch. Kann sein, kann nicht sein. Ich will jetzt auch nicht verneinen. Wir kennen ja das ganze Prozedere mit den Reapern und das war ja eine höhere Macht quasi. Ja, es hat schon was, sich etwas derart erstaunlichem gegenüber zu sehen, dass man einfach glauben will. Wow. Es ist schön, jemandem zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin infrage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Ich mag ein facettenreiches Team. Ich mag es, wenn nicht alle Mitglieder meines Teams dieselben Ansichten vertreten. Sehr schön. Apropos Team. Ich sollte den Leuten auf der Nexus die neuesten Berichte schicken. Unterhalten wir uns später weiter? Ach. So. Carlo, was kann man für dich tun? Was kann man gegen dich tun? Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie sagten, Sie hätten es entworfen? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemeanische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potential erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können, oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich weiß nicht, das ist alles für ein Schiff. Aber gut, es ist sein Werk, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe noch nie was erfunden und dann auch noch in die Realität umgesetzt, sagen wir mal so. Und ich weiß nicht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da ganz viel Herzblut drin ist. Der hat bestimmt richtig gar nichts. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an, nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Sorana Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole, drei Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis. Und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben.